So, heute geht es um den Mond. Also hier ist die Erde. Und wo ist eigentlich der Mond? Ist der hier? Oder ist er hier? Oder ist er hier? Oder hier? Oder passt er gar nicht mehr auf den Zettel? Also die Frage ist, wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Wie kann man das rausfinden? Und diese Frage stellen nicht nur wir uns heute, sondern das haben sich die Leute schon immer gefragt. Und besonders die Griechen haben sich das auch gefragt und haben auch eine Idee gehabt, wie man das rauskriegen kann, nur von der Erde und mit den damaligen Mitteln. Also der Erste, der unseres Wissens nach eine Idee dazu hatte, war Aristarch von Samos. Der hat gelebt 320 bis 230 vor Christus. Hat sich eine Methode überlegt, wie man rauskriegen kann, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. Und diese Methode will ich heute vorstellen. Er hat es damit auch schon ausgerechnet. Die Messmethoden waren allerdings noch nicht ganz so gut. Und deswegen ist der Wert etwas falsch rausgekommen. Aber ein bisschen später, Hipparch, lebte von 190 bis 120 vor Christus, hat die gleiche Methode nochmal gemacht und auch noch eine andere, mit sehr viel genaueren Messwerten. Und da kommt schon fast die Entfernung von heute raus. Und das will ich Ihnen heute zeigen. Okay, also wie kriegt man raus, wie weit der Mond von der Erde weg ist? Also es geht in drei Schritten. Der erste Schritt ist der folgende. Wir brauchen erstens eine Vollmondnacht. Und da machen wir folgendes. Man schneidet sich ein kleines Stück Pappe aus. So vielleicht. Vielleicht ein Zentimeter im Durchmesser. Und dann guckt man an den Himmel. Hier ist der Vollmond. Und dann versuche ich die Pappe so zu halten, dass sie genau davor passt. Ja, die Pappe genau vom Mond. Oder von der Seite gesehen. Hier ist meine Pappe. Hier ist der Mond. Das hier ist vielleicht der Monddurchmesser. Ja, und die Lichtstrahlen vom Mond fallen, der oberste Teil von dem Mond, genau. Hier den obersten Teil von der Pappe. Und der untere Teil vom Mond, genau den unteren Teil von der Pappe. Und hier ist mein Auge. Ja, und das hier ist vielleicht ein Zentimeter. So, und jetzt messe ich diese Entfernung hier. Ja, also ich halte mit meinem Arm irgendwo diese Pappe hin und gucke, wie weit muss ich es weghalten, damit es genau davor passt. Ja, und wenn man das macht, kommt die raus, ungefähr 100 Zentimeter. So, jetzt haben wir schon was gelernt. Denn wenn wir jetzt hier hingucken, von hier bis hier, wie weit ist jetzt der Mond von meinem Auge entfernt, dann weiß ich aus dem Strahlensatz, dass diese Seite zu der Seite genau dasselbe sein muss, wie diese Seite zu der Seite. Das heißt, ich weiß, dass dies hier ist 100 mal das, also muss dies hier 100 mal das sein. Also weiß ich schon mal, dass die Entfernung von meinem Auge bis zum Mond 100 Monddurchmesser sind. Das ist schon mal was, aber nicht genug, weil ich ja gar nicht weiß, wie groß der Mond ist. Der Mond könnte klein sein und nah dran oder groß und weit weg. Aber ich weiß zumindest, sobald ich weiß, wie groß der Mond ist, weiß ich auch, wie weit er weg sein muss, nämlich 100 Monddurchmesser. So, das ist, was ich in der ersten Nacht rausgefunden habe. Jetzt brauchen wir einen zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, wir brauchen eine Sonnenfinsternis. Ja, wie ist das bei der Sonnenfinsternis? Also, ich bin wieder hier der Beobachter, hier ist vielleicht die Erde. Ich bin hier, gucke Richtung Sonne. Hier ist die Sonne, die mache ich mal vielleicht gelb. Sonne. Und dann schiebt sich der Mond, sozusagen, hier ist mein Auge. Ich kann hier die Sonne sehen. So. Na ja, nicht ganz gut gezeichnet. Und hier kommt jetzt der Mond an, ja. Und wie groß ist der Mond? Wie sieht es aus, ja? Muss ich den Mond jetzt so zeichnen? So, klein. Also, ich mache mal drei Möglichkeiten. Ja, sieht es so aus. Hier ist die Sonne. Und der Mond ist so. Ja, oder sieht es so aus. Hier ist die Sonne. Und der Mond ist so. Ja. Also, anders gesagt, wenn ich die Sonnenfinsternis angucke, ist, hier ist die Sonne. Wenn ich jetzt an den Himmel komme, gucke, dann kommt der Mond und ist der Mond so, so der Größe. Oder ist es so, die Sonne ist so. Und der Mond kommt so, daher. Das ist viel größer als die Sonne. Und wenn Sie tatsächlich mal eine Sonnenfinsternis gesehen haben, dann werden Sie wissen, dass es genau dazwischen ist. Also, die Sonne so, hier ist die Sonne. Und wenn jetzt der Mond kommt, dann ist der genau, kommt der genau so da drauf. Das ist was Besonderes. Das ist nur bei der Erde so. Wenn Sie beim Mars den Marsmond, einen der beiden Marsmonde betrachten würden, oder auch andere Monde im Sonnensystem von anderen Planeten, da passiert das nie. Das ist nur bei unserem Mond so. Also wissen wir, jetzt wenn wir, das ist praktisch genauso wie das, was wir in der Vollmondnacht gemacht haben, wir wissen, dass der Mond irgendwo hier sein muss, so genau hier drin. So, hier ist der Mond. Hier ist der Monddurchmesser. Und wir wissen schon, diese Entfernung ist 100 Monde. Ja, und jetzt, weil wir haben hier genau dasselbe mit der Sonne, hier ist der Sonnendurchmesser, nicht ganz gut in der Mitte, wissen wir, wieder, weil das ähnliche Dreiecke sind, dieses Dreieck ist ähnlich zu diesem Dreieck hier, dass das hier 100 Mal der Sonnendurchmesser sein muss. Also wir wissen nicht nur, dass der Mond 100 Mal so weit entfernt ist, wie der Mond groß ist, wir wissen auch, dass die Sonne 100 Mal so weit entfernt ist, wie die Sonne groß ist. Das hilft uns jetzt erst mal auch nicht richtig weiter. Das ist immerhin eine interessante Information, aber die Größe oder die Entfernung des Mondes selber haben wir immer noch nicht rausgekriegt. Trotzdem hilft uns das was, nämlich wir müssen noch eine dritte Beobachtung machen. Und die dritte Beobachtung ist die Mondfinsternis. So, wir versuchen also jetzt eine Mondfinsternis zu beobachten. So, wie sieht es aus bei der Mondfinsternis? Wir haben hier die Erde und wir haben jetzt hier die Sonne. Und jetzt ist es so, dass die Sonne scheint hier so hin und macht so einen Schatten. Die Erde hat einen Schatten. Ja, und der Mond, der vorher hier war, irgendwo, der läuft jetzt hier um die Erde rum und irgendwann kommt er hier an. Und dann läuft er hier rein in den Schatten und dann ist Mondfinsternis. So, was die Idee ist, wir wollen jetzt messen, wie groß ist der Schatten der Erde in Mondentfernung? Ja, also das, wie groß ist der Schatten der Erde in Mondentfernung? Also wir wollen diese Strecke hier, wie viel lang ist diese Strecke hier, wollen wir rauskriegen. So, und wie machen wir das? Also als erstes überlegen wir uns Folgendes. Der Mond, die Mondfinsternis fängt genau an, wenn der Mond hier ist. Jetzt warten wir, bis der Mond komplett verdeckt ist. So, der ist jetzt komplett im Schatten. Und das dauert ungefähr eine Stunde. Dann weiß ich, in einer Stunde bewegt sich der Mond genau um einen Monddurchmesser. Jetzt warte ich, bis der Mond hier wieder rauskommt. Komplett raus, kann ich sehen, wenn er wieder komplett hell ist. Und wie lange das dauert? Und wie lange dauert das? Das dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Also weiß ich, dass diese Strecke hier, das ist die entscheidende Information, 2,5 Monate lang ist. Okay. So, was wissen wir noch? Wir wissen, dass die Sonne riesig ist. Das heißt, eigentlich hatten wir ausgerechnet, dass von hier bis hier 100 Sonnenentfernungen sind. Aber, weil die Sonne so riesig ist, sind das hier immer noch ungefähr 100 Sonnen. Ungefähr 100 Sonnen. Ja, also die Sonne ist viel größer als der Abstand Erde, Mond zum Beispiel. Also vielleicht sind das jetzt 101 Sonnenentfernungen. Aber um zu rechnen, mache ich mal wieder ungefähr 100. So, das bedeutet, dass dieses Dreieck hier wieder ähnlich ist zu diesem großen Dreieck. Das heißt, dies hier ist 100 Mal so lang wie das. Also muss dies hier 100 Mal so lang sein wie das. Also wissen wir, dass dieses Stückchen hier 100 Monde sind. Äh, Quatsch, 250 Monde. Weil das ist zweieinhalb Monde und das ist das 100 Mal so lang. Was wir aber auch schon ausgerechnet haben, ist, dass die Entfernung von Erde zum Mond 100 Monde sind. Also weiß ich, die Länge von dem Erdschatten ist 250 Monde. Aber, und jetzt kommt der Trick, dieses Dreieck hier mit dem Erddurchmesser ist auch ähnlich zu diesem hier und zu diesem hier. Das heißt, ich weiß auch, dass diese Entfernung hier 100 Erddurchmesser ist. Also bekomme ich raus, also 100 Erddurchmesser ist das gleiche wie 350 Monddurchmesser. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Erde so groß ist wie dreieinhalb Monde. Ha, jetzt wissen wir, wie groß der Mond ist. Nämlich ungefähr drei, also einen, kann ich ja auch andersrum ausrechnen, ne. Der Mond ist sozusagen etwas weniger als ein Drittel vom Erddurchmesser. Wenn man das ausrechnet, ist das ungefähr 0,28 Erddurchmesser. So, ha, ich weiß, wie groß der Mond ist. Ich habe das sogar ungefähr richtig gezeichnet. Der Mond ist ungefähr ein Drittel so groß wie die Erde. Jetzt muss ich also nur noch ausrechnen, wie weit der Abstand von der Erde bis zum Mond ist. Und das waren 100 Mondentfernungen und 100 Monddurchmesser. Und ein Monddurchmesser sind 0,28 Erddurchmesser. Das heißt, die Entfernung von Erde bis Mond, ist entweder 100 Monde oder, wie ich jetzt ausgerechnet habe, 28 Erden. Der richtige Wert ist 30. Also kann ich jetzt zu meinem ursprünglichen Bild kommen. Also wo muss ich das wirklich einzeichnen? Also wie sieht es wirklich aus, wenn hier die Erde ist? Die Erde ist hier. So. Dann muss ich ungefähr 28 Erddurchmesser. Dann ist die Erde jetzt nicht zu groß. Vielleicht mache ich die Erde lieber noch ein bisschen kleiner. Naja. Vor allem muss ich das hier richtig schön groß machen. So. Ich mache die Erde lieber noch ein bisschen kleiner, damit es auf den Zettel passt. So. Okay. So. Jetzt also ein Erddurchmesser. Das ist so viel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins. Zwanzig. Zwanzig. Dreieinzwanzig. Vierundzwanzig. Fünfundzwanzig. Sechundzwanzig. Okay. Passt nicht ganz drauf, aber ungefähr der Mond ist also ungefähr hier. Und ungefähr ein Drittel so groß wie die Erde. Also, so sieht es tatsächlich aus in Wirklichkeit. Maßstabsgetreu aufgezeichnet. Ganz kleines bisschen ungenau. Der Mond ist ungefähr 30 Erden entfernt. Oder wie wir ausgerechnet haben, 28. Okay. Das war die Erklärung, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist. Und tatsächlich hat das Hipparche auch schon rausgekriegt, dass es ungefähr 30 Erddurchmesser sind. Und wie groß die Erde war, wusste man zu dem Zeitpunkt auch schon durch Eratosthenis. Also wusste man, wie weit die Erde vom Mond entfernt ist. Och da wir gleich wieder.